pünktlich zu weihnachten erscheint ein neues buch von mir etwas ganz besonderes stille nacht allerseits untertitel was sie von weihnachten nie gedacht hätten ja und da kommen ganz besondere fakten drin vor wie zum beispiel die weihnachtsgurke ich weiß nicht ob sie das schon mal gegessen haben eventuell die frage ob es den vierten heiligen drei könig gibt es gibt geschichten von steinharten plätzchen die als schallschutz dienen und dann natürlich die hässlichen weihnachtspulis wissen sie den hässlichsten weihnachtspulli hat königin elisabeth die zweite naja dann stille nacht allerseits